Die sportliche Tradition bei Toyota geht weiter. In limitierter Sonderedition kommt 2012 der Auris K2. Mit 240 PS und gleichzeitig dem tiefsten Verbrauch seiner Klasse liegt er immer vorne. Und die Straße gehört ihm allein. Mit Front- und Heckschürzen voll auf Sport ausgelegt, mit 17 Zoll Reifen und 4 Zentimeter tiefer gelegt, sind anspruchsvolle Straßen sein Revier und er lässt Fahrträume wahr werden. Der Toyota Auris K2. Mehr als nur fahren. Mit Fronts auf unintentional Melancholt Eine der